Ja, man soll auch keine Judenwitze machen, natürlich auch Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus, das geht natürlich nicht. Nur ich habe im Fernsehen eine Milchwerbung gesehen für die Umwelt und sieht die Sache schon besser aus. Sie sehen auch Ausländer und Judenfreundlichkeit aus und so weiter. Im Grunde stimmt das natürlich schon auch Umweltpolitik und das geht mitunter so nicht. Oder auch Wassertheorien gehen gegen die Wilden. Also was nicht so wild scheint, das kann man natürlich verbrauchen. Oder weh aus Wasser zum Kaffee oder abduschen oder auch lieber Klimaanlagen und so weiter. Es ist natürlich ein Kabarettwitz, dass das sowieso nicht geht, aber dann sieht die Sache gleich freundlich aus, wenn man dagegen ist.